Ich heiße Cemalettin Sahin, bin 42 Jahre alt, arbeite bei der Firma Dorma Kaba seit 20 Jahren, bin Betriebsratsmitglied, bin verheiratet, habe zwei Kinder, einer ist elf Jahre alt, der andere ist elf Monate alt, spiele gerne Fußball, gehe gerne aus und bin auch sehr gerne mit meiner Familie zusammen. Der Tarifvertrag, den finde ich sehr gut, dadurch, dass ich jetzt auch ein elf Monate altes Baby habe und kann ich schön in Anspruch nehmen, weil meine Frau auch berufstätig ist, zurzeit ist sie in Erziehungsurlaub, aber wenn sie ja dann bald wieder anfängt zu arbeiten, kann ich schön meine Frau dadurch unterstützen und halt man kann auch viel mehr dann zusammen erleben, indem man dann, wir fahren gerne nach Holland, dann würden wir auch gerne Ostern, auch schön nach Holland wieder fahren und da passt das ja mit den acht Tagen. Die Kollegen, die das in Anspruch nehmen können, die haben auch schon beantragt, die werden das auch in Anspruch nehmen. Es gibt aber auch Kollegen, die das nicht in Anspruch nehmen können, aber gerne tun würden. Müssen wir mal gucken. Es geht nach oben. Bis zum nächsten Mal.